Wir haben gehört, dass Megan und Harry sich trennen und die Wahrheit ans Licht kommen wird. Sie trennten sich tatsächlich von Spotify und es kam etwas Wahres darüber ans Licht, wie die Leute bei Spotify über sie dachten. Dann gab es die Vorhersage, dass Megan eine Affäre mit einem Leibwächter hatte und wenn er die Wahrheit ans Licht bringt, wäre das das Ende für Harry und Megan. Wir warten immer noch, abgesehen von der Tatsache, dass wir alle wissen, dass sie geldgierige Lügner sind und mehr als glücklich sind, ihre Familie. Oder zumindest die königliche Familie vor den Kopf zu stoßen. Manche Leute glauben, dass Archie und Lilibet nicht existieren, aber Lady C. sagte letzten Monat, dass die Wahrheiten im Sommer dieses Jahres völlig ans Licht kommen. Frühling endet und der Sommer beginnt mit der Sommersonnenwende, die am 20. oder 21. Juni stattfindet. Dies ist die offizielle Definition. Der größte Teil des Junis fällt also in den Frühling. Sie wird ungefähr im Juni ein Buch veröffentlichen. Sie hat Hinweise auf Megans früheres übles Verhalten, schlechtes Benehmen im Palast, den Einsatz von Leihmüttern, Drogenkonsum, Doria-Vergangenheit usw. gegeben und sie hat sogar die Telefonnummer von Megans Geburtshilfe. In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass Megan Marcos Vater sagte, sie habe sich Ende 20 einer Hysterektomie unterzogen, es gebe also keine Kinder. Gavin Gingis und Hartford Schröder sind die Kinder, die auf Fotos zu sehen sind, die Megan und Harry veröffentlicht haben, aber kürzlich ist eine Quelle zu einem Blindartikel durchgesickert, den Dr. Melissa Drake. Die Gerüchten zufolge bei H. Megans Entbindung dabei sein soll, wird Zeugin für Lady C. es neues Buch sein. Dr. Melissa Drake brachte das königliche Kind zur Welt, während Dr. GM unterstützte Archies Entbindung durch Fernunterstützung aus dem Ausland. Doch nur etwas mehr als ein Jahr, nachdem er durch die Leitung der mit Spannung erwarteten Geburt des Jahres 2021 berühmt geworden war, hat Drake eine bombastische Aussage gemacht, die weltweit für Schlagzeilen sorgt. Laut Daily Mail hat Dr. Melissa Drake, die die Urenkelin von Königin Elisabeth II. Lili Betiana, zur Welt brachte, hat plötzlich und ohne Vorankündigung das Santa Barbara Cottage Hospital verlassen. Die Ankündigung, dass sie ihre Praxis schließen würde, wurde auf Instagram geteilt, wobei die Kommentare zu dem mittlerweile viralen Beitrag deaktiviert wurden. Die Patienten äußerten sofort ihre Bestürzung über die plötzliche Schließung. Und findet es irgendjemand seltsam, dass niemand wusste, wer Megans Gynäkologe war, bis die Geschichte herauskam? Megynäkologe hat immer gesagt, meine Kinder sind kein öffentliches Eigentum, also hör auf oder so ähnlich. Ganz zu schweigen davon, dass Ometskobi und Caroline Durand in Finding Freedom schrieben, dass ein bestimmter britischer Arzt Archies Geburt überwachte, der Ehemann des Arztes jedoch angeblich herauskam und sagte, dass seine Frau Archie nicht zur Welt gebracht habe, da sie an diesem Tag nicht gearbeitet habe. Könnte es möglich sein, dass Dr. Dre hat ein paar saftige Geheimnisse über Megans Kinder, die sie nicht preisgeben will? Hier ist alles möglich. Wir haben auch gefragt, ob Megan heimlich entbunden hat. Die schockierende Nachricht kommt, nachdem Megan Markler und Prinz Harry durch das brutale Leben Lazy Griffters, das ihnen von einem Spotify-Manager zugewiesen wurde, lebenslang befleckt wurden. Einem königlichen Kommentator zufolge waren die Führungskräfte von Spotify letztes Jahr von Megans Archetypen-Podcast, in dem es um Stereotypen gegenüber Frauen ging, nicht begeistert. Im Juni 2023 wurde bekannt gegeben, dass der Vertrag des Paares mit Spotify gekündigt wurde. Kurz darauf verprügelte Bill Simmons, der Leiter der Podcast-Innovation und Monetarisierung des Unternehmens, den Herzog und die Herzogin von Sussex und nannte sie Betrüger. Der königliche Kommentator Tom Bauer erwähnte, dass die vernichtenden Kommentare des Spotify-Managers Megans und Harrys Ruf geschädigt hätten. B. sagte zu Klose, natürlich haben sie ihren großen Spotify-Vertrag verloren, einen der großen Verträge, der eindeutig die Grundlage für ihren Ruhm bilden sollte. Die Griffters-Linie hat sie für immer getrübt.